Servus Bremen-Fans! Vorschau! Es war Werder Bremen, der Sportklub aus Freiburg. Morgen Samstag, 15.30 Uhr, die Bundesliga-Primetime im Weserstadion. Und dieses Video ist mir etwas außer Kontrolle geraten. Ich hatte heute frei und ich hatte Zeit. Und ja, ihr werdet über 60 Grafiken sehen dürfen, wenn es da auch nur einen gibt, der sich den ganzen Bums hier überhaupt ansieht. Let's go! Wir fangen nochmal an. Es wird irgendwann wahrscheinlich etwas komisch. Das ist auch das Ziel. Tabelle. Der Sauerwerder Bremen ist 10. in Dunkelgrün markiert und Freiburg ist 7. mit einem Punkt. Mehr, drei Plätze, besser, aber nur einen Punkt. Das würde heißen, gewinnen wir, wären wir an Freiburg vorbei und hätten mindestens einen guten Saisonstart. Egal, dass Ole ja erst zwischen 8. und 10. Spieltag das bewerten will. Und heute ist ja erst der 6. Spieltag dran. Die Eim-Tabelle. Da ist jetzt Freiburg auch markiert, einfach aus Interesse. Macht natürlich jetzt wenig Sinn, weil sie spielen ja auswärts. Ja, jetzt habe ich kurz abgelenkt, aber jetzt müssen wir darüber reden. Der Sauerwerder Bremen ist Vorletzter und hat einfach mal nur einen Punkt geholt. Ja, die Gegner waren mit Dortmund und Bayern München nicht so ganz schlecht. Was aber schlecht ist, ist das Torverhältnis. Null Heimtore. Null. Null zu fünf Torverhältnis bei den Heimspielen. Auswärts ist der Sauerwerder Bremen bockstark. Daumen ist er hier markiert, bringt für dieses Spiel gar nichts. Und Freiburg ist nicht so auswärts stark. Wenn wir nochmal zurückspringen. Freiburg hat sechs Punkte daheim geholt und auswärts drei. Wir haben daheim einen geholt, auswärts sieben. Das heißt, wir spielen genau so überkreuzt, wo beide Mannschaften nicht so gut sind bisher in dieser kurzen Saison. Das könnte ja noch ein interessanter Fakt werden. Aber wir fangen, wie so oft an, mit dem sportlichen Feind. Feind heißt sportlicher Feind. Wir sind nette Leute in Bremen und die Werder-Fans daher. Demut, sportlicher Feind. Vorbildfeind ist Freiburg, würde ich sagen. Habe ich schon mal gesagt. Ich habe die KI gefragt. Die hat mir gesagt, das heißt nicht Vorbildsfeind, sondern Vorbildfeind. Da schlägt wieder die Hauptschule bei mir durch. Das Management ist, Doppelpunkt, sachlich ruhig, mit Demut und Weitsicht für den Verein. Nein, da sind sie wahrscheinlich die Besten überhaupt. Habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Außer den Trainern kenne ich quasi niemanden im Management. Und das ist A, sehr selten in der Bundesliga. Und B, zeigt auch einfach, dass alle anderen die Schnauze halten und sie zurücklehnen. Christian, Streich machst du. Jetzt muss es halt der Julian machen. Jetzt ist ja egal. Apropos der neue Trainer nach der Streich-Ära folgt Julian Schuster. Jetzt mache ich einen schönen Wortwitz. Werde das Plan am Samstag? Schusters Punkte streichen. Haha. Ich weiß, das war sehr eloquent von mir. Aber eine kurze, wie heißt es, Anekdote zu Julian Schuster. Wir machen es ganz schnell, ich kenne Sascha Mölders persönlich. Der hatte, als er beim FCA gespielt hat, habe ich bei diesem Verein eine zweite Mannschaft drin, der ist Co-Trainer. Und der Trainer hatte, der Haupttrainer hatte Verwandtschaft von Freiburg. Und der hat sich gewünscht, wenn Augsburg gegen Freiburg spielt, ob er denn nicht ein Trikot vom SC Freiburg haben kann. Dann waren wir, also der Trainer und ich, im FCA-Stadion. Und haben dann Augsburg gegen Freiburg angeguckt. Und der Sascha hat dann meinem Trainerkollegen eben ein Freiburg-Trikot, ein getragenes, besorgt. Hat das dann quasi vom Rasen nach oben geschmissen, damit wir es fangen konnten. Und das war von Julian Schuster. Und das klingt jetzt bestimmt komisch, aber es war genauso. Der Julian Schuster hat 90 Minuten der Bundesliga gespielt. Und dieses Trikot war trocken. Das war, da war 0,0 Schweiß. Das hat noch wie frisch gewaschen gerochen. Das war, jetzt könnte man fragen, woher weißt du das, wie das gerochen hat? Es war aber so. Es war unfassbar. Der hat, vielleicht hat er auch 88 Minuten, weiß ich nicht. Aber der hat quasi durchgespielt. Und das hat er anscheinend ohne Anstrengung gemacht. Das fand ich interessant. Könnte auch streichen, die Geschichte. Aber wer hat das Plan, geht natürlich vollkommen auf. Wir streichen Schusters Punkte. Wer kann denn da kicken bei SC Freiburg? Und wir wissen, wir denken alle an einen, aber es gibt ja zum Glück einen Zauberer. Der hat nämlich die Macht und kann einfach mal einen Namen durchstreichen. Denn wir reden natürlich nicht über Ehrendingji, sondern Grifo fällt natürlich jedem als erstes ein. Doan ist ein richtig guter Adamu. Einer der wenigen Spieler, der bei der Streich-Ära nicht funktioniert hat, aber beim Schuster anscheinend trifft. Gefährlich. Und Eckgestein natürlich unser Eckgestein. Wir gönnen ihm nur das Beste, vielleicht keine Tore gegen uns, aber sonst nur das Beste. Daumen ist er in unserer grünen Farbe, weil er eigentlich nach uns gehört. Sind wir doch mal ehrlich. Günther Lienhardt, zwei Erfahne, Innenverteidiger. Ich dachte, Lienhardt ist 24, aber ich habe gemerkt, er ist schon 28. Er spielt auch schon ewig. Wurscht. Wann, Basti, geht es denn endlich über den SV Werder Bremen? Und da ist er wieder, der Zauberer. Jetzt geht's. Endlich mit dem SV Werder Bremen los. Dafür sind wir ja auch da. Der Kader. Ups, ich habe das Mikrofon berührt. Das war unabsichtlich. 25 Mann. Wie in dieser ganzen Saison schon immer. Das wird diesmal aber ein Problem. Denn wir müssen einige streichen. Wir müssen Backhaus streichen. Backhaus hat, glaube ich, Rücken. Fregel ist in diesem Mischung aus Orange und Dreierlachs. Gefällt mir gut, die Farbe. Er ist markiert, warum? Welcome back, Captain. Ralf Rangnick hat ihn nicht auch mal gesehen. Das freut dich sehr. Aber ich glaube, am meisten freut es sich, mit dem Chef, mit dem Papa wieder zu spielen. Ich habe mir nicht angeguckt, ob der Marco nominiert ist. Ich gehe einfach mal davon aus. Stark. Er ist verletzt. Hat irgendwas Muskulärisches, glaube ich. Velkovic ist noch in der Reha wegen seinem Fuß, was auch immer das ist. Liener hat eine leichte Gehirnerschütterung. So heißt es. Jinma ist immer noch verletzt am Sprunggelenk, ist das, glaube ich. Und Nankishi ist auch in der Reha. Was er eigentlich hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wünsche aber natürlich allen gute Besserung. Wir müssen jetzt aber sechs Mann streichen. 25 minus sechs sind 19. Und die DFL erlaubt 20 Mann auf dem Spielberichtsbogen. Das heißt, einer bleibt übrig. Beziehungsweise wir können noch einen. Wir können noch einen benennen, Ole. Und ich habe hier was Revolutionäres, Revolution ausgedacht. Das sind die 19, die auf jeden Fall im Kader sein werden. Außer es passiert nur irgendwas, was ich jetzt nicht einschätzen kann. Heute ist Freitagabend, wo ich das Ding mache. Wir sortieren den Kader neu. Es geht darum, dass wir jetzt Positionen neu benennen. Und jetzt hat Drummerwirbel. Wow. Torwart Innenverteidiger hat jetzt nichts geändert. Aber jetzt gibt es keinen AV-Mann, sondern es gibt ein Sch. Sch. Steht für Schiene. Und da gibt es nur drei Leute. Agou, Köhn und Deman, weil Mitchell ist ja jetzt einfach alles. Eigentlich könnte man All schreiben für alles. Dann gibt es jetzt eine neue Position, die heißt DUMF. Defensives Mittelfeld. Stay, Alvero und Leo, ich liebe dich. Bitten, Kurt. Und gibt es UMF. Das ist natürlich offensives Mittelfeld. Mitchell, ich kann alle spielen. Ja. Weiser, Romano Schmid und anderen. Und vier Stürmer. Das bleibt auch gleich. Wo fehlt was? Die Frage habe ich gerade gestellt. Und eigentlich fehlt sie ganz klein im Defensives Mittelfeld. Warum? Wir haben zwei Spieler. Das ist nicht doppelt besetzt. Das wollen wir aber haben. Jetzt könnte man natürlich über den Innenverteidiger auch sagen. Vier bei drei ist auch fast zu wenig. Aber Offensives Mittelfeld, Sturm, die können eh untereinander tauschen. Auf der Schiene langen auch drei. Und Mitchell wäre ja auch da. Der könnte auch noch spielen. Daher geht es eigentlich ein bisschen über IV. Aber wahrscheinlich über Defensives Mittelfeld. Jetzt könnte man sagen, wer kommt denn? Denn der Profikader ist ja, da gibt es ja keinen mehr. Wir haben ja nichts mehr. Also müssen wir in die zweite gucken. Ihr könnt auch bei A-Jung gucken. Da kenne ich mich aber nicht aus. Ich kenne mich auch nicht bei der zweiten aus. Ich habe mir einfach mal Transfermarkt direkt angeguckt. Klar, einen Rückkehr kenne ich inzwischen. Das ist Innenverteidiger. Capitano von der zweiten Mannschaft. Ich glaube, 28 Jahre. Den könnten wir umbringen. Da habe ich geguckt. Wer ist denn ein defensives Mittelfeld? Wer ist denn da so marktwerttechnisch hoch? Bei 100.000 Euro gibt es einen Bellmann und einen Kohler. Kohler ist ein US-Amerikaner. Also nichts irgendwie Jürgen Kohler, Enkel oder Sohn oder was auch immer. Sondern ist ein US-Amerikaner. Ist ja egal. Sind bestimmt zwei gute Kicker. Ich kenne sie nicht. Das wären positionsmäßig passend. Röcker nicht positionsmäßig passend. Aber dafür natürlich Qualität, Erfahrung und so weiter. Dann könnte man noch einen Imasun nehmen. Oder könnte er auch noch einen Opitz natürlich nehmen. Oder keinen Sato nehmen. Aber das sind ja alles offensive Spieler. Daher glaube ich, ich glaube sogar fast, dass Ole gar keinen mitnimmt. Ich weiß ja gar nicht, wie die zweite, wann die spielt. Und wo wollen wir eigentlich hin? Weil eigentlich, aktuell ist ja die Formkauf nach oben. Der Weg nach oben ist ganz weit natürlich. Aber es geht da ja was. So, dritte Liga anschnuppern wäre doch nicht so schlecht. Jetzt überdrehen wir wieder. Aber ich sage einfach, Röcker. Ich glaube zwar, dass eigentlich im definitiven Mittelfeld jemand fehlt. Aber ich glaube, dass die zweite Mannschaft eher den Röcker dann da abgibt. Oder abgeben muss. Gefragt wird der bestimmt nicht daher. Wenn, glaube ich, Röcker oder niemand. Ich gehe mit Röcker ins Spiel. Und somit machen wir die Aufstellung. Die wird nämlich ganz interessant. Ich habe ja selber eine Baustelle aufgemacht. Zumindest in meiner Bubble. Mal sehen, wie ich damit umgehe. Also, ihr seht ja wieder. Geil. Ich habe richtig gezeigt. Da oben seht ihr die Aufstellung. Über mir seht ihr den Kader. Da seht ihr... Was soll ich mal so machen? Oh, das ist ja ganz unbequem. Egal. Hier ist ja die Bank. Was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ähm. Es geht los. Schwarze Markierung ist immer um das und was es geht. Das heißt, drüber seht ihr... Also, es gibt da oben die Überschrift. Über mir seht ihr, um welchen Spiel es geht. Und da sage ich dann schon... Da sage ich dann schon... Ich sollte nicht mehr zeigen. Was mache ich hier eigentlich? Ähm. Wie ich es denn erwarte? Klar, bei Etoit ist einfach Zetter am Tor. Keuke ist somit auf der Bank. Irrenverteidiger. Da wird es ja schon interessant. Es gibt Friedel, Jung, Pieper, Malatini, Röcker. Wenn Röcker dabei ist, dürfte klar sein auf der Bank. Ähm. Wir können das doch... Letztes Jahr wissen wir noch, da war doch was Jung gegen Dingci, gegen Heidenheim, Tiefe und mit Ball bei drei Metern war er zwei schneller, der Dingci gegen Jung. Aber das geht in der Kombination nicht. Wenn Veljkovic noch da wäre und oder stark, dann hätte man über solche Spiele nachdenken können. In dieser IV-Konstellation ist Jung gesetzt. Bin mir sicher. Friedel auch. Zentrum sowieso. Bleibt jetzt Pieper und Malatini. Was passiert? Irgendwie glaube ich zwar, dass ich jetzt nicht recht haben werde, aber wenn Ole genauso denkt wie ich, darf er Malatini nicht spielen lassen. Auch wenn das vielleicht der eine oder andere nicht hören will. Daher sage ich, Pieper spielt und Malatini auf der Bank. Und ja, Pieper hat jetzt auch nicht so super überzeugt. Das gebe ich schon zu. Auf der Schiene, wie es so schön heißt, ist es jetzt ja klar, weil Mitchell Weiser hat damit nichts mehr zu tun. Defensiv mache ich gar nichts mehr. Die Mann sagt, wir haben einen guten Vertrag. Ah, kurz eingeschlafen. Köhn und Oku sind natürlich ganz klar gesetzt auf der Schiene. Defensiv im Mittelfeld. Da bin ich auch wieder emotional geladen, beladen, egal. Stay, mein Stay, den ich beim Kicker habe, 29 Punkte gemacht. Das sind viele Punkte für alle Kick-Base-Spiele. Ich weiß, eure Spieler machen dann 400 Punkte, weil sie für jeden Schwachsinn-Punkte bekommen. Da ist noch Kicker mit Demut. Das sind 29 Punkte, ist da ein Erdrutsch. Irgendwann, Stay ist gesetzt. Alvero oder Bittencourt? Jetzt würden alle sagen, Alvero ist doch klar, weil Ole hat letzte Woche in Alvero gebracht, nicht Bittencourt. Die Sachlage ist klar, aber alles, was ich gehört und gesehen und gefühlt habe bei Alvero, sage ich, du kannst dich Alvero Stadev spielen lassen. Das glaube ich nicht. Und darum sage ich, mein Leo Bittencourt spielt Stadev. Ich bin da so. Ha, wäre das schön. Offensives Mittelfeld. Weißer, Schmidt, Hansen, klare Geschichte. Romanos, Schmidt und Mitchell, wie viele Positionen kannst du spielen? Ja, Weißer spielt natürlich auch und somit bleibt Hansen nur auf der Bank. Das wird länger so bleiben. Und dann sind wir noch beim Sturm. Da gibt es Dux, Grül, Top und der Schotte Berg. Da hat keiner eine Chance außer Dux. Top hat das sehr gut gemacht. Zeitschinden, das hat er stark gemacht. Grül muss noch, der braucht noch ein bisschen, muss einen Schluck nehmen. Der braucht noch ein bisschen, bis er reinkommt. Also Grül, ich gebe dir jetzt die Zeit. Und Berg ist im Kader, weil es keine Ahnung gibt. Ich würde mich freuen, wenn er mal wieder einen Einsatz bekommt. Vorne drin schauen wir mal, was passiert. Ne, was wird. Was wird. Das ist meine Aufstellung. Bin ja gespannt, ob ich recht habe. Bin gespannt, ob ich mit Rücker recht habe. Bin gespannt, ob ich mit Pieper und Bittencourt recht habe. Marktwerte. Marktwerte ist einfach für mich, weil das kann ich ablesen. Also Marktwerte, Transfermarkt D, wisst ihr alles. Da ist Freiburg etwas besser. In der Totalen sind es ungefähr 50 Millionen, ein bisschen mehr. Und im Schnitt ist es tatsächlich, die sind besser wie Hoffenheim. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Das sind ja fast 2 Millionen. 1, irgendwas. 1,8. 1,7 Millionen mehr im Schnitt. Stark Freiburg. Bringt euch trotzdem nichts. Wird es ein Harf? Wort habe ich es oft genug erklärt. Wer es nicht kennt, einfach andere Videos angucken. Forscher Videos. Wird es ein Harf? Das ist die wichtigste Frage. Denn, sonst kann ich mir auch, einen Harf kann ich mir auch in der Umgebung, in der Kreisleger angucken. Da sehe ich einige Harfs. Was ist hier Plural von Harf? Ich weiß nicht, Harfen, Harfe. I don't know. Fragen wir den, der das sicher beantworten kann. Wer könnte das besser beantworten als Mr. Seri Zausti, muss ich euch vorstellen. Zausti ist der Bassti, also Basi, Sebastian Basi. Aber bei uns heißt es Bassti, darum ist C-A-D. Und ist ein Zauberer. Habt ihr gesehen, hat vorhin den Ding-Chi, also den Namen zerstört. Ist ein Zauberer. Das ist eine Kunstform. Tauschti. Aber, wir brauchen jetzt keinen Zauberer, sondern wir brauchen was Seriöses. Und das kann nur Mr. Herr. Seriös. Das geht nur, wenn die Brille schief ist. Und dieser sagt, wird sein Harf. Es herrscht eine erhöhte Harf. Gefahr. Das ist natürlich ein Hammer. Die Begründung, warum das so ist. Pam, pam. Zausti zerschlägt das Wort Begründung. Denn Mr. Seriös, es wird Affig, egal. Wenn die Brille rutscht. Mr. Seriös braucht dafür keine Begründung. Er hat immer recht. Ganz einfach. Wie gewinnen wir den Harf? Tauschti. Mach was. Tauschti. Du nicht. Ich sehe dich immer noch, aber egal. Egal. Wie gewinnen wir den Harf? Wer ist der Unnötige? Wer ist der Unnötig-Fleißige? So heißt das richtig. Ihr wisst ja, ich bin einer von der faulen Sorte. Ich mag es, wenn man Spiele gewinnt und dann trotzdem so die Mann mäßig sagt, ach ja, dass wir an den Arbeiten. Also, Laufdistanz sind wir schlechter. Sprints sind wir schlechter. Intensive Läufe sind wir schlechter. Wir sind richtig schlecht in diesen Kategorien. Zum Teil massiv schlecht. Laufdistanz trennen uns 13 Platzierungen. 13. Das ist bei 18 Mannschaften richtig, richtig viel. Interessant ist, dass die Laufdistanz und intensive Läufe Freiburg im ersten Drittel ist, aber dann bei den Sprints nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Sprint und einem intensiven Lauf? Das wäre mal interessant. Daher gehen wir jetzt runter. Fußballkunst bzw. Fußballkampf. Wie sieht es denn da aus? Torschüsse. Da ist Freiburg auf Platz 2. Und der ist bei der Bremen ist letzter. Bock, der letzte wie immer schön. So schön, dass es bei uns sagt. In der Passquote. Ja klar, geht es um Fußball, ist immer wieder besser. Ist ja klar. Siebter zu Platz 11. Ballbesitz. Mir schade. Ich hätte gerne mehr Ballbesitz, aber das Spiel gegen Bayern hat natürlich unsere Statistik sehr zerstört. Und unsere Gegner waren ja im Schnitt relativ gut. Das bilden wir uns zumindest ein. Und somit ist das okay. Freiburg ist da auch nur ganz knapp besser. Besser. Und Zweikämpfe. Also, iiih. Das wäre Arbeit. Da könnte ja das Trikot schmutzig werden. Und die Haare könnten falsch liegen. Zweikämpfe können. Kann der Pöbel machen. Können primitive Menschen machen. Der SV bei der Bremen macht das mit Hirn. Und mit Cleverness. Kämpfen sollen andere. Dass der Freiburg aber genauso schlecht ist, hätte ich nicht erwartet. Ist dann doch irgendwie verwunderlich. Zausti seht ihr im Übrigen immer noch. Duck dich mal. Egal. Gewinnen wir den Hafen? Das kann wirklich nur einer wissen. Und ihr wisst jetzt genau, wer kommt. Nein. Nicht du, Zausti. Das. Bremen. Oh. Meter. Gewinnen wir den Hafen. Im schönen Orange. Leicht. Dreilachsfarbig. Ich mag die Farbe doch mal Clancy. Ihr kennt das. Fünf Kategorien. Wir stellen euch die vor. Wer sind wir eigentlich? Egal. Zausti. Und der Herr seriös. Es gibt mehrere. Wer ist das? Persönlichkeiten. In meinem Kopf. Die tiefste Stimmung wäre, wenn wir verlieren und Dingchi macht ein Tor. Da brauchen wir nicht lang rumreden. Wir wünschen Dingchi alles Gute gesundheitlich und privat und alles sportlich. Auch, wenn es nicht gegen den SV Werder Bremen geht. Die Stimmung wäre genauso schlecht, wenn wir verlieren und Eckgestein ein Tor schießt. Aber bei weit nicht so schlimm wie Dingchi. Weil wir Eckgestein alles wünschen. Habe ich ja schon mal gesagt. Wenn es unschön ausgeht, würde ich die Freiburger fragen, habt ihr wenigstens Freikarten dabei? Und wenn die sagen, nee, für das Stadion haben wir keine Freikarten, ist ja erst nächstes Jahr, würde ich sagen, nö, ich rede nicht über das Stadion. Ich rede über den Europapark. Wir wollen ja wenigstens ein bisschen Achterbahn fahren, wenn wir dann im Auswärtsspiel vor Ort sind. Ich mag Achterbahn fahren, ich mag auch Europapark. Und daher werden Freikarten ganz schön nice. Spektakulärer Sieg. Das wäre doch geil. Zum Beispiel, könnt ihr euch gerne angucken, dritter Spieltag in der Saison 2011-2012. Also 2011 war das somit, weil es ja der dritte Spieltag war. Das war ein Heimsieg. Das Spiel mit den meisten Toren in der Historie. In der ersten Liga vom SV Werder Bremen und SC Freiburg. Es war ein 5 zu 3. Und wer hat getroffen? Papa hat getroffen. Was wäre noch besser wie ein spektakulärer Sieg? Da kann man sich jetzt streiten, ob das besser ist. Aber ich mach's mal. Etwas langweilig. Ein klarer Sieg. Der höchste Sieg war am 30. Spieltag Saison 2009-2010. Es war ein 4-0 Heimsieg. Nicht schlecht. Und jetzt ist die Frage, was entscheidet das Premiometer? Wo geht der Pegel hin? Geht er ganz nach oben? Gewinnen wir ganz klar. Geht's ganz nach unten? Macht Ding, Jan. Der Raumturm. Wir verlieren das Ding. Es wird spannend. Trommelwirbel. Müsst ihr euch jetzt vorstellen. Und das Premiometer entscheidet. Er nervt. Er nervt. Zausti. Weckt. Das Premiometer. Zweiter Versuch. Entscheidet. Tada! Es ist mal wieder positiv. Aber es wird ein spektakulärer Sieg. Es kann ein Sieg bis halbwegs zur Spekulation. Zur Spektakularität heißt es, glaube ich. Egal. Werden. Ihr wisst, was ich meine. Bis jetzt sind gar nicht so viele Tore gefallen. Bei Bayern. Gerade bei Freiburg sind nicht ganz so viele gefallen. Aber ich glaube, dass wir nur gewinnen können, wenn hier Tore fallen. Und darum sage ich, der Haft geht wie aus. Es wird ein Heimsieg. Das Premiometer hat es ja wahnsinnig angezeigt. So ganz knapp. Aber ich bin mir sicher, wir gewinnen 3 zu... Hab langgeblickt. 2. Enges Ding. 5 Tore. Es soll bei der Bremen gewinnt natürlich. Wer schießt die Tore? Ganz klar. Malatini. Altvero. Und Marvin. Ich schieße nur noch. Elfmeter als Tore. Docksch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage Servus. Zauschti sagt auch noch kurz. Guckt rein und sagt Servus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer diesen Quatsch sich bisher angeschaut hat, vielen Dank. Dann musst du aber jetzt auch liken und kommentieren und ein Abo. Du hast ja bestimmt schon. Und die Glocke vergisst du. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti B. Bremen-Fan aus Bayern. Das ist nicht Karlsruhe SC im Übrigen. Da habe ich es fast schon erraten, was das war. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti B. Bremen-Fan aus Bayern. Ja, ich kann diesen Text nur, wenn ich von vorne beginne, weil sonst vergesse ich wieder. Servus Bremen-Fans. Ich bin der Basti B. Bremen-Fan aus Bayern. Und darum auch zur Verabschiedung. Der Winkarm ist da. Kein Tschüss, kein Moin, sondern Heimsieg. Servus.